Zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und... Oh, Leute, ihr seid ja schon da. Halli, halli, liebe Leute, und willkommen zu Part 48 von Minecraft Season 1, erste Hälfte. Leute, noch mit diesen Parts, zwei Parts, da haben wir die 50 vollen erreicht. Yay! Bedeutet, Leute, schaltet ein, was sich lohnt. Leute, im letzten Part haben wir die Wege zu Eis und Dekoration her, fast fertig. Leute, wir haben ein Creeper-Lagerhaus, das ist schlecht. Lock den mal raus. Ich weiß nicht, ich weiß aber, warum wir da spawnen. Im Prinzip, er darf da nichts spawnen. Da ist alles ausgeleuchtet. Also, es ist leer. Haben wir noch... Oh, ja, perfekt, wir haben noch... Leute, wir haben noch sehr, sehr, sehr viel Glowstone. Womit wir Glowstone machen, Leute, und mit diesen Glowstone wählen wir ein paar wunderbare... Laterne, Laternen, 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 Sonne, Mono, Sterne, nee, so ähnlich, ne? Oder ich bin gespannt, ob das klappt. Das ist meine wunderbaren Bauskill, dass ich hier schon oft bestätig habe, dass ich ein beschissenen Baum bin. Das muss doch kein Problem sein, oder? Oder... Okay, ich hab' eine Idee. Okay, ich hab' eine Idee. Also, wir müssen die noch ein Block weiter hinter... Dann... Funktioniert ja nicht. Warum es auch immer nicht funktioniert. Wie soll ich das so machen? Okay. Sieht so schon am besten aus. So. Und das machen wir jetzt über ein bisschen. Wir machen... Wir haben jetzt hier einen schicken... ... ... ... ... ... ... ... Okay, sieht auch mal so schlecht aus. Wir brauchen mehr Zäune. Bedeutet mehr Holz, bedeutet Bäume füllen. Das fliegt da auch schon wieder jahrelang rum, ne? Oh, klemmst dann. Das ist eine Rollstuhl wahrscheinlich. Richtig. Hallo Schaf. Servus. Servus. Ich bin der Klausi und ich bin der Schafe. Hörte, Schärfer und Schnee. Ich weiß nicht, was ich hier laber. Ich bin mir da selbst sicher. Ich laber einfach jedenfalls und hoffe, dass es stimmt. Okay. Reicht eh nicht. So, dann leh. Ich bin auf zur Workbench. So. Unser Denton muss ich noch zwei Folgen aufnehmen. Danach habe ich heute endlich eine Aufnahme. Das ist schön. Ich habe heute wirklich viel aufgetan. Also nicht so viel wie am Dienstag, aber trotzdem viel für mich. Zuck. Ich mache mir schon eine Axt. Äxte machen. Leicht gemacht. Mit Janni Tutorial wie mehr Äxte Kraft. Genau. Tolle Idee. Wie viel zu ernsthaft. Wir reden nicht darüber, was ich vorhatte, okay? Die beste Entscheidung. So. Das werden doch nie im Leben reichen. Das werden wir übrigens... Das werde ich mit dem Euro dann weiterbauen. Leute, da ich wirklich keinen Plan mehr habe, was ich machen kann. Was das für ein sehr kurzen Part von Minecraft. Der Part morgen wird auch noch kurz. Da werde ich mich nur dumm hinschauen und über Minecraft reden. Und über den nächsten Part werden wir ein bisschen die Welt erkunden. So als Part 50. Also bitte, haut rein und ciao.